Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Quirbis Adventure mit und von eurem Darth Steffen zockt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir machen auch gleich mal bei Level 6 weiter von Level 3 und schau mal aber jetzt so anstellen können. Okay, hier kommen nicht. Okay, den nehmen wir mal mit hier. Den kleinen Laserschießer. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, und diese Scheiß. Au, 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 au. Okay, passiert jetzt, wenn man sich selbst anschießt, für ein Glück. Ich dachte, man tut sich schon selbst damit weh. Das wäre natürlich nicht so fein, wenn man sich damit selbst verletzen könnte. Da wäre ich jetzt sofort tot. Huuu! 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 nein nein what the fuck was war das das war ja mal voll gar nicht gerade das ging auf voller hüster jetzt was ich gemacht habe ja 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 wie kann man sich so dumm anstellen wie ich okay könnte rentiert auch wenn er oben noch irgendwo reingehen und so ein bisschen trank ist immer gut ok hat sich doch ein extra löffel freigeschaltet na gut dafür musste sterben mein freund ok da ist gut aber da war ich auch gut der tag wird dass der hat wir haben auch nicht schlecht ok naja kann man sich probieren irgendwann aber so und 6 und gibt 100 punkte extra gut ist war nicht allzu viel aber kommen mitnehmen das ist ein extra löffel hier und dann da auch was wir machen wir den kampf würde ich meint ach du scheiße zwei gegner was darf eine scheiße au verdammt au bist meiner putzt aber ganz schön du ok jetzt wechseln sie sich ab au wie soll man sich reagieren du penner hey ok jungie ich schwör was duut ok der erstmal besiegt besiegt das gegner hatte ich mit zwei gescheitert verdammt okay das erste ist die sonne verstehe und manu ist unfair und reagiert ja mal nicht rechtzeitig okay hoch dass mich jetzt auch ok ich wechsel sie sich ab ok ok das auch schon verledigt fährt er nicht mehr aus aber ich auch nicht mehr nein 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 oh come on mother fucker den ein zwei beiden dieser schüssel noch komm fuck on ey das ist doch mega asozial gerade ich hab ihn fast gehabt den kleinen panel ne ich hab ihn fast gehabt okay wir probieren es noch mal wir probieren es einfach noch mal nein nein oh weg okay der macht das mal hier besser da war knapp scheiße nein oh ja klar voll asozial hey ja klar hey ja klar ich habe verloren ich gehe die krise ich krieg die krise gerade auf voll die krise ich bin ich bin echt nicht gut mit mir ne ich bin jetzt echt nicht gut mit mir heute überhaupt nicht gut ich bin jetzt einfach muss ich mich besser einstellen definitiv okay ok ich habe die sonne ok die hat man schon mal der hat auch nicht mal allzu viel oh man ist aber sonst ist scheiße schwer weiter so kommen wie scheiße fast shit shit krise hier letzter versuch letzter versuch gegen die scheiße hier habe ich die schnauze voll dass er ist ohne ihr klar jetzt schon erst mal auf neu bekommen nein auch steuerung das hat zu ihr karten sind ja das scheiß habe ich mir verloren ich habe doch schon wieder verloren damit komme ich jetzt nicht verweilt dass ich aber direkt da hinstellt wo der die sterne hat die sonne auch ja kommt fick dich hier kommen lasst sein so wie die ganzen kraftausdrücken spieler was kotzt mich einfach an eben nicht weiter kommt es kotzt mich einfach an das macht einfach keinen spaß gut das ging schnell auf ist nein so die man könnte ist eventuell schaffen die man könnte ich vielleicht glück haben ja weil ich habe ich glück gehabt die hatte ich richtig viel glück das war einfach nur glück ich bin jetzt echt nicht gut mit mir mein armer herz einmal blutdruck okay mein blutdruck ist im eimer definitiv ist der blutdruck in eimer die kann ich nicht mehr retten der blutdruck von mir ist verloren definitiv verloren was war das war ein assi alter schwede okay aber sonst ist es relativ einfach einfach durchfliegen hier wir sind jetzt schon auf löffel 4 also gesamtlöffel haben uns eigentlich relativ gut durchgekämpft wo ist man jetzt ja hier haben wir die ufu ist und die können auch leser strahlen schießen die können auch leser es muss aufpassen aber nicht so ein bisschen vorsichtiger sein hier ok Ok, jetzt füto ich. Ok, bap. Zubo? Miau. Na gut. Das war nicht unbedingt die beste Attacke, aber es geht. Na komm, ich brauch's nicht mehr unbedingt. Ok, auf die 5 und es gibt 300 Punkte extra. Ok, das ist annehmbar für die ganzen Plagen, die ich jetzt hatte. Das ist vollkommen okay. Und warum ist die Tür jetzt nicht auf beendet für den Löffel? Guck, das ist auch so klein im Back. Die Tür leuchtet zwar, obwohl ich den Löffel beendet habe. Verstehe ich auch nicht ganz so. Aber ist egal. Ich werde jetzt die Folge an der Stelle erstmal beenden. Ich hoffe natürlich, dass ihr viel Spaß beim Zuschauen hattet. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich immer oft fluche. Aber naja. Das ist ja bei mir so gar nicht entgebe, wenn ich irgendwie nicht weiterkomme. Ich versuche zwar immer so ein bisschen zu unterdrücken, aber es klappt leider nicht immer. Und ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von Let's Play Kirby Adventures auf Handy-Emulator-Version. Und dann bis nächste Woche zum nächsten Mal Kirby Adventure. Schaut auch gerne mal bei anderen Let's Plays, wobei, wenn ihr das mögt oder möchtet oder projekten. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle Ciao mit V. Möge die Macht natürlich mit euch sein und das Kirby Adventure Blut auch. Bis zum nächsten Mal, euer Darth Steffen Sockt. Ciao, ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde, Zuschauer, Abonnenten und La Familia. Bis bald und noch einen schönen restlichen Tag. Bis bald und noch einen schönen Tag.